hallo ich grüße dich ganz herzlich wünsche dir einen wunderschönen samstagabend ich sehe noch ein bisschen zerzaust aus weil ich eigentlich gerade aus dem regen komme ich war noch im wald unterwegs in der dunkelheit oder fast in der dunkelheit jetzt ist es ganz dunkel hinter deinen größten zweifel steckt deinen seelenplan habe ich heute mittag gepostet und da gab es ein paar fragen dazu und deshalb möchte ich da mal eben darauf eingehen weitere gedanken anregung schau mal liebe selina wunderschönen guten abend weitere gedanken anregung zu deinen zweifeln schau mal stell dir mal vor du hättest überhaupt keine zweifel was würdest du dann tun stell dir vor du hättest keine zweifel was würdest du dann tun du würdest wahrscheinlich einfach deinem herzen folgen beispiel du hast eine idee ein seminar zu buchen bist im internet unterwegs und du siehst da ein seminar spricht dich sofort an und du würdest das gerne buchen und dann schaust du dir das an und lest erster impuls hatte ich angesprochen deshalb bist du da auf die seite und bist am lesen und dann kommen zweifel auf ist das jetzt das richtige ist es das geld wert soll ich das geld jetzt investieren lohnt sich das hole ich das geld auch wieder raus und 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 hallo liebe hilke oder ein anderes beispiel du hast ein angebot ein tolles coaching zu buchen dein herzen deine seele schreien ja macht das genau das ist es jetzt genau das ist der nächste schritt den du machen kannst um da den nächsten quantensprung in deinem leben zu machen und dann kommen wieder zweifel auf ist das jetzt das richtige passt das hole ich das geld wieder raus kriege ich bis dahin bis zum seminar start oder bis zum coaching start auch das geld zusammen und solche dinge oder du würdest gerne ausbildung irgendwas machen hast vielleicht eine idee hatte ich irgendwas angesprochen ist immer wieder das gleiche spielchen oder du würdest gerne kurs buchen es ist immer und immer wieder das gleiche spielchen ein impuls ist da es spricht uns irgendetwas an warum spricht uns denn irgendetwas an sei es jetzt dass du irgendein angeboten seminar im internet siehst oder dass dir jemand gegenüber hockt mentor und coach wie ich zum beispiel macht ihr ein angebot und mit mir zusammen zu arbeiten dass wir deinen seelenplan entdecken deinen seelenberuf kreieren und durchstarten was du durchstarten kannst für dich machen kann ich natürlich nicht und dein herzen deine seele schreien ja genau das ist es und im nächsten moment sind schon wieder zweifel da schau mal diese botschaft aus deinem herzen heraus dein herz das kann dich nicht belügen das möchte ich auch nicht belügen und schon gar nicht betrügen das sagt ja mach denn wenn du keine zweifel hättest dann würdest du es ja machen dann würdest du es einfach machen wenn wir ohne zweifel wären hallo liebe manuela und diese zweifel in dem bord zweifel steckt ja schon dass das wird schon zwei drin es stecken zwei persönlichkeiten in uns im grunde genommen die eine persönlichkeit das ist der kopf der immer alles in frage stellt funktioniert das kann das so einfach sein bin ich jetzt nicht zu alt ist das wirklich das richtige für mich oder ist jetzt der richtige zeitpunkt kriege ich das geld zusammen keine ahnung was auch immer unser köpfchen kommt ja oft gar nicht auf die idee mal die überlegung anzustellen was kann denn alles großartiges geschehen wenn ich das coaching jetzt buche wenn ich das seminar buche wenn ich die ausbildung mache keine ahnung was auch immer es ist was kann daraus alles großartiges entstehen darüber machen wir uns ja gar keine gedanken sondern der zweifel in uns das köpfchen ich nenne es jetzt mal liebevoll köpfchen dem lassen wir seinen raum ja und diese zweifel halten uns dann letzten endes davon ab den weg zu gehen den seelenplan zu entdecken oder sich ein stück weiter auf den seelenplan zu begeben und wir sind auch oftmals so süß wo wir dann so botschaften vom universum auch anfangen mit dem kopf zu deuten ich bringe dir mal ein beispiel das ist jetzt zwei jahre schon her ich war auf einem mehrtägigen seminar und da wurde ein folgeseminar angeboten das allerdings auch ja viereinhalb tage hat das gedauert für 8000 euro netto mein herz hat so sofort geschrien ja mach das das ist genau das ding und im nächsten moment habe ich natürlich surren im kopf gekriegt und gedacht du bist verrückt für ein viereinhalb tagesseminar 8000 euro netto auszugeben ich habe mir das anmeldeformular geholt das war über mittag und habe das anmeldeformular dann erstmal ins auto gelegt und habe gedacht ich kann da jetzt noch nicht unterschreiben muss da noch drüber nachdenken drüber nachzweifeln und im laufe des nachmittags kamen dann natürlich die zweifel auf hin und her überlegt war natürlich nichtsdestotrotz noch ein bisschen abgelenkt durch das seminar durch die inhalte in dem ich da gehockt habe wenn dann abends als dieses seminar zu ende war habe ich dann gedacht okay was sagt mein herz in zeit und geld jetzt keine rolle spielen würden denn 8000 euro netto hatte ich auch mal nicht gerade auf dem konto so parat mein herz hat geschrien ja genau das ist es in der kopf zweifler der denker hat gesagt ist verrückt funktioniert das kriegst du das geld jetzt in den nächsten tagen zusammen und 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 so und dann bin ich ans auto um dieses anmeldeformular zu holen und war ich dann total neben mir ich war total aufgeregt und wie sagt man wuschig mir fällt gerade kein anderer ausdruck ein ich glaube du weißt was ich meine habe auch so ein bisschen gezittert habe dieses anmeldeformular aus dem auto raus geholt und bin dann so in meiner aufregung schnell zurück in diese in den veranstaltungsort und bin dort auf dem parkplatz gefallen mit dem anmeldezettel weil ich einfach so neben mir stand und so aufgeregt war und so nervös war und bin mit dem zettel auf diesen brasche parkplatz da gefallen das war so ein steiniger parkplatz habe mir die handinnenfläche noch aufgefallen habe dann noch geblutet das anmeldeformular war zerstört und was hat mein kopf sofort mir gesagt mein zweifler mein denker hallo liebe susanne war das jetzt nicht wohl eine botschaft vom universum dass du dieses seminar nicht machen sollst so kreativ ist der denker dann der denker ist dann so kreativ dass er schnell die herzensbotschaft was aus dem herzen heraus fließt schon wieder zunichte machen kann das war mein allererster gedanke war das nicht jetzt ein hinweis dass ich das nicht machen soll mein sohn war damals mit mir auf diesem seminar und das habe ich ihm dann erzählt und ja war dann so unsicher naja lange rede kurzer sinn ich bin dann zu dem veranstalter hin und habe ihm das gesagt ganz offen und habe gesagt ich glaube das war jetzt eine botschaft vom universum dass ich das doch nicht machen soll wir haben dann ein bisschen geredet noch und lange rede kurzer sinn ich habe dann natürlich trotzdem auf mein herz gelauscht habe meine unterschrift darunter gesetzt und habe dann auch dieses seminar besucht und es war das beste was ich machen konnte es hat mich ein riesen schritt weitergebracht hallo lieber torsten schön dass du dabei bist es hat mich ein riesen riesen schritt weitergebracht auf den weg zu meinem herzen zu meinem seelenplan noch weiter kreativ zu sein noch besser zu unterstützen dich hier und auch natürlich auch in der internen gruppe in der akademie hätte ich aber meinem zweifler den raum gelassen hätte ich das seminar nicht gebucht und hätte nicht diese wertvollen informationen bekommen und später auch umsetzen können die ich da eben bekommen habe und unter diesen aspekten steckt auch hinter dem größten zweifler auch der kult das größte potenzial den seelenplan zu entdecken denn das ist meine entscheidende frage die du dir da unterstützend auch stellen kannst was würdest du tun was würde ich tun das natürlich in der ich form solltest du dir die frage stellen was würde ich tun wenn ich keine zweifel hätte du würdest eine wahl hast du immer aber du würdest doch auf dein herz lauschen wenn keine zweifel da wären oder wenn wir so gepolt wären von unserer denke her dass wir uns auch mal gedanken drüber machen würden statt zu zweifeln was ist wenn es nicht funktioniert gedanken drüber machen würden was ist wenn es großartig will wird wenn es bestens funktioniert was dann wenn ich die nächsten quantensprung in meinem leben mache wenn ich ganz wertvolle informationen da jetzt bekomme denn dein herz das sich nicht belügt das hat er ja deshalb den impuls geschickt das hatte ich hier in die gruppe gebracht das hat dich im internet irgendwas entdecken lassen das hat dir einen impuls gebracht irgendetwas zu verwirklichen wenn du vielleicht schon selbstständig bist und ideen hast irgendetwas zu machen poppen ideen aus deinem herzen aus deinem selbst aus deinem unterbewusstsein überbewusstsein von deinem geist nennen wenn es wie du es nennen möchtest spirituell vom vom höheren selbst keine ahnung von gott wem auch immer das sind dinge die die zu dir poppen und dann fangen wir an zu zweifeln im ersten moment wow und im nächsten moment wenn unser süßes köpfchen hier einsetzt fangen wir an zu zweifeln und was wäre wenn wir keine zweifel hätten wir würden unserem herzen folgen wir würden einfach nur unserem herzen folgen und wären kreativ das immer wieder bei dem thema kreativität bei unserem potenzial bei unseren gaben bei unseren stärken also so gesehen ja verbergen sich hinter unseren größten zweifeln auch unser größtes potenzial unser nächster quantensprung der ja immer was auch mit unserem seelenplan zu tun hat das war mein beitrag zum samstagabend schön dass du dabei warst hinterlassen wir doch mal gerne kommentar wie hilfreich diese weiteren gedanken im nachklapp zu dem post von heute mittag waren ich freue mich drauf was zu lesen habe noch einen schönen abend bis ganz bald tschüss